Musik bei uns, wir hüpfen rüber nach England. Da haben die beiden Jungs, die jetzt bei uns auftreten werden, vor drei Jahren wahnsinnig erfolgreich teilgenommen bei Britons Got Talent. Haben alle begeistert, seitdem sind sie richtig fett unterwegs, muss man so sagen. Justin Bieber, ein Freund von ihnen und die Musik klingt auch ziemlich nah dran. Thousand Years, so heißt der Titel und die beiden Jungs, die heißen Bars and Melody. Musik bei der Titel und die beiden Jungs. Musik bei der Titel und die beiden Jungs. Musik bei der Titel und die beiden Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein! Vielen Dank, Bars und Melody! So...